Wartest du hier wie so ein Kind, wenn die Mutter einkaufen geht? Wartest du im Auto? Ja, dann warte ich hier auf dich. Ich lass auch das Radio an. Ich geh da hinten, das Looten, okay, das mach ich auch in echt. Oh Gott, ist es gewünscht. Oh Gott, da kann ich, oh Gott, da kommt ein Gewohn. Ach, den mach ich fertig. Oh Gott, da kommt mehr. Oh, ich kann nicht, ich kann nicht zuhauen. Stimmt, ich kann nicht zuhauen. Aua, komm, auf mir, ich kann nicht zuhauen. Äh, ich hab unser Hauskratten beschädigt, hab ich das Gefühl. Ich kann trotzdem nicht zuhören, das weißt du. Ich kann mir null helfen. Ich glaube, ich hab ne Feder aufgenommen. Necker, kommst du zurück, ich möchte nicht kämpfen. Unser Bruder ist wieder kaputt gegangen. Wenn der drauf ist, kann ich den nicht helfen. Ich kann nix machen, ich weiß nicht. Standbild? Standbild? Ne, gerade nicht, los, los, Rekord, okay. Die kämpft gerade gegeneinander. Ich hab nicht gegeneinander. Mein Monitor funktioniert nicht. Und was machst du denn da? Oh, komm. Komm aufs Boot. Äh, wir, wir, äh. Fahr jetzt. Ich will aber wieder hoch. Warum denn? Was ist da oben? Du musst doch aufspringen, das war was. Ja, das will ich ja. Oh, dann warte noch. Lass erst mal gucken, ob ich mein, bis ich wieder bau, bis ich wieder... Ne, wie ist das doch dein Spielkurs? Reset ein Komplett. Okay, dann warte mal hier. Hast du gespeichert? Ja, jetzt mach ich. So. Kannst du bitte noch mal eingepackt haben? Ja, da siehst du ja deswegen. Los, wohin willst du parken? Wohin willst du denn? Äh, da... Küste. Wo? Okay. Aber mit ein bisschen Abschaftsdienwohnen jetzt nicht draufkönnen. Ja, ja. Hier draufkönnen sowieso nicht. Boarst du denn auch hier wieder? Ja, ich kann direkt daraus, wo ich gespeichert habe. Offensichtlich. Wohin fährst du denn jetzt? Äh, du musst... Ich muss lenken. Woher willst du denn hin? Ja, du musst lenken. Jetzt komm mal rein. Hier passt schon. Hier passt schon. Hallo, auf. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Musst du ja neu einladen, oder? Ja, musst du. Wo geht denn das? Einladen. Wo denn? Ich hab keine Ahnung. Äh, einfach auf ihr, ihr, äh, Tab-Dingsen und dann hier noch einladen. Wie du auch das andere zum Spiel einladen würdest, oder? Warte mal, ich kann auch gar nicht so... Ja, ich kann auch so... Aber kannst du so betreten? Ja, mach ich gerade. Okay. Weil jetzt im Glück kein Wasser verwendet, oder? Hast du ein Passwort drin? Weiß ich nicht, ich glaub nicht. Weil, wenn ich kenne mich rein, ist eventuell... So... ja, ja, ich bin drin. Wisst ihr? Warte. Warte. Bin doch grad bestätigt im MT ausmalt. Nur, du wacht, der Bombau, bumb-bumb-discumbo. Kann ich Hasen jagen, während du da oben und anders passt? das halte ich bin ja okay bleibt mir bitte hallo hallo freigeborene lass dich bitte in ruhe freigeborene oben auf das beide kommt einer auf dich zu ruck dich böse an ich habe keine ausdauer mehr nicht sterben jetzt hast du kurz ab dann kann ich kurz mal meine geheimwaffe raus ich hab dich doch wieder geholt jetzt nicht cool aus naja warte bis du siehst was ich anhabe ich verunter ja danke dass du ja ach du danke dass du in spiel mit starten musstest ja ich könnte nicht hauen du wolltest ja unbedingt ich wollte darauf gehen ja das stimm ich zu weißt warum ich so oft sterbe weil ich spaß hat dieses spiel du bist einfach willst du bist am zwei jahren überhaupt nicht voll nein voll das kannst du nicht unterwerfen ich unterwerfte es auch nicht ich unterstelle unterstellen tue ich dass er nicht hinterwerfen ich hinterwerfte ganz andere sachen ja das gefällt ja weil die frau schreibt mich ganz hell an die ist ganz schön laut ich habe schwarzen lockerer sind das wollte ich nicht wo die frau schreibt durchgängig ich bin so schwarz da habe ich mir ein schlamm auf die haut gemacht dann sind sich nichts geändert ja aber ich war ein strenger ist ich meine schuhe wieder an ist egal dein telefon klingelt ja das ist auch nicht für uns du bist doch du bist doch so ein hausschuh träger ja nein hast du dich auch schon mal getrennt ja mal ich bin schon immer noch warum warum weil nichts das ist doch nicht unser haus aber sag mal findest du hausschuhe bequem findest du sinnvoll zu haben ich weiß gar nicht was ich reparieren muss war doch mal irgendwas ist kaputt und ich weiß nicht was hausbrot vielleicht da ist es ganz hier ist nichts kaputt jedenfalls die was ich reparieren kann obwohl da unten angezeigt wird so was kaputt das in jungs fünf leute jetzt schon die machen zwar nix aber die verkunftsböse an also wenn er keine menä erläutung ist in position keiner so ist cool das ist alles cool und sogar das essen ist weg was essen geklaut er nicht geklaut die haben unser essen die klauen unser essen das habe ich gar nicht gesichert scheiße wir haben noch zwei essen es knallt irgendwo leckerste kann unser essen weil ich jetzt war ja weil ich bin gerade oben angekommen neben alles unser essen weg und hier sind jetzt oben was ist oben und auch deswegen hat es geknallt ich brenne ja 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 er hat mich gerade auch eine auf mich muss ihn töten ja ich habe gerade feuer gefahren ich jagte später hin das ist immer mit feuer ich mache das ja macht es doch einfach jetzt die ganze zeit ja okay dann gehe ich zurück ja aber hier ist ein geboren mit feuer die muss ich da um machen weil der monotus wirft junge der rennt weg guck das an junge okay der rennt weg ich beeil mich dynamit die wort nichts gebraucht war ich kann so lange gebraucht er sagt dass mein typ der mit meint behindern arbeiten es brennt irgendwas von uns kein nix mehr alles gut so ist beeil dich ich brenne schon wieder jungen der monotophie bringen darum ist ein einziger ich habe mit sechs leuten ich habe es aufgemacht aber ich darf nicht ich habe lex habe ich so einen geilen pc und diese vier gestor hat unser punkt angegriffen der gast jetzt muss die du kannst dich bei das haus beschützen ja weil ich nichts machen kann mal die fünf leute auf mich zukommen ja ich habe immer was wie gut du bist warum sollte ich unser haus kaputt ich wollte ich wollte nicht mal sein ja du hast dich gezwungen ich habe was ich haben wird okay ja es bei dich die greifen unser hausboot an dann sagt jedoch dass du aufhören sollen junge wenn selbst wenn ich jetzt sterbe sagen sollst du sagen dass sie aufhören das ist nicht dein ernst ich hole dich nicht ich kann dich hier nicht holen ach hier bist du wenn ich drauf gewiss du trans schuld warum ich hat mich der wild belebt ja ich ach so dass die frau hier dass wir hier kommen jetzt kommen ganz schnell auf einmal ganz schnell ja aber sonst hier kommen natürlich müssen ist kein ding okay nein nein komm 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 das ist einfach schön das ist aber er braucht du bist deine richtung ja ich brenn genauso junge wenn so bulking die kundel guck mal rocky hat kinder gekriegt ach da ja das habe ich glaube ich dazu gelegt geil alter wir nennen wie taufen wir denn die vier kinder arbeiter arbeiter 1 2 3 und 4 und 5 wir fahren auf land not again not again wir fahren auf land not again na gut wenn du meinst wir fahren auf land nein alter machen wir nicht junge dach jeder schiff kaputt dann geht das repariert dann geht das repariert tut tot und dann haben wir ein problem rechts 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 deine sache ist rechts was machst du denn jetzt wir kommen land gefährlich nur jetzt fahren wir auf land es ist zu spät sind schon auf land gefahren mit deiner grünen mütze mit deiner grünen mütze das blaues holz von der hemd jetzt habe ich doch gesagt es ist nicht so ein blödes an ich habe mich umgezogen wenn die rente also ist team 2 ich bin du in rot das sind krill tüten krill tüten schelden was schelden ist auch ein cooler name gibt es so ein krill tüten schelden alter ich nenne mein kind schelter was ist nicht von der grünen arme naja sagt lukas kevin schelter mit deinem kind doch schelter den barbaren schelter den barbar über land fahren wir waren über land da 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 wir fahren über land siehste kein problem für uns julian kennst du den kugelfisch nein kennst du kugelfisch kugelfisch bist du wenn du kugelst frag mich nicht warum aber ich habe gerade eine szene als fonds gedacht wo man in der lampe ist und die angemacht wird ich frage mich warum ich das gerade im kopf hatte kennst du die szene man so in der hand von der seite kommt mir die lampe an macht ja und die szene habe ich krass gedacht fragen gehst du motor ok guck mal hinten ist unser haus ne ich seh es nicht ja ist noch nicht zu sehen aber das wird unser haus die brücke hat die brücke haben wir fertig das ist ja du ja 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 wir fahren über land links rein links links pack nichts pack nichts pack nichts pack nichts müssen wir hier können wir nicht hier vorne park ja nein hier links wohnen wir aber ja dann können wir nicht hier zwischen park bei einem boot perfekt das ist perfekt guck mal unser essmode geklaut ist alles noch da bei mir bei mir sind nur noch drei sachen da mir ist alles voll ist bei dir hier was nein null auf der stelle ja auf der stelle ja ok dann geht sich halt was anderes ich kann alles essen ich nicht naja wo waren wir denn hier beim bau ja hier haben wir die brücke schon ein bisschen fällig gemacht darf ich hasen jahren hasen jahren ja 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 ach hier und sie was anderes spiel ja hier mache ich gleich was anderes können wir hier speichern hat man nicht noch bettungen ne auf dem boot höchstens auf anderen boot muss ich muss hier mal ganz kurz ich baue mir ganz kurz hier ein bauplan für ein boot rein äh für ein bett rein okay verspeichern könnte kannst du mal aufhören was auch du grad machst ja ich baue die dinger weiter ach so dann geht's ja hast du noch sticks übrig nein ich habe alle verbaut du bist ein Affen lol hier ist eine äh ach so ich dachte gerade eben sag aus wie eine schildkröte ohne panzer sag aus dem panzer ohne schildkröte weißt du mit jedem witz bist du lustiger und lustiger weiß ich hab dich ein bisschen motiviert nö ich hab grad schildkröten und du hey was war das spiel du willst du auch noch was machen äh ganz ehrlich ich spreche und dann ja machen wir ein bisschen goldvieh obwohl ich bin grad irgendwie verbraucht wie steil ist es halt einfach da hinzubringen ich weiß nicht warum ich jagtiere ja darf ich ein land fahren und tiere jagen beim nächsten mal okay vogel ja er hat eine fehler warte also ich kann was neues zeug dran legen weil ich hab grad wieder hier inventar voller stein da könnte man sich aber was ich habe was denn ich stelle voller inventar boah guck mal die sind alle steile schon wieder da guck mal reinbauen voll nice alter wie schnell die gehen vor allem die drücke was sicherlich voll sick eigentlich kann man auf die steininger die lampen machen ich kenne was anderes machen wenn du möchtest was denn ich kann noch ein dach und so drüber wollen das geht ja soll ich mal probieren also ich muss nur gucken wie ich das mache dann aber ich geht auf jeden fall ja kann man auch stützen ja also ich meine jetzt hier zwischen den steiningern weil dann kann man theoretisch das haus noch über die brücke drüber machen ja was man sie verstützt einfach so einzelne ja 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 ok beim nächsten mal wenn ich noch mal bauplan ok ich dachte mir zwar das stein warte mal ganz kurz ja das angeboten ist weg ja bitte alles ist angeboten ist weg alles angeboten oh ne ich kann was anbauen hä ja ne also ich sehe halt nix mehr soll ich nochmal was machen warte mal kann das sein dass ich einfach ich kann auch nichts mehr anbauen was hier mal lag also ich habe einmal gekauft ich habe jetzt sechs sachen angebaut ich habe durch keine nur richtig dicken bug ich kann bestimmt noch irgendwas anbauen wo ich bin hier bin ich hallo ne was ich wusste ich versteckt ich habe mich nicht versteckt ich sag gleich immer neues spiel ok oder leise noch mal ich weiß noch mal wir speichern ich glaube nicht dass das ding ab wirklich alles weg ist das kann nicht wahr sein also ich hab da jetzt keinen sexamen reingelegt ne ja ja das ist gut warum liegt mir vielleicht auf dem boden das ist schlecht wenn es auf deinem screen nicht schlecht ist dann bau es wieder ein nein ich meine nur wenn du auf dem boden nix dann esse ich das sowieso das ist schlecht ich meine es ist am besten ins wasser na gut würdest du dann bin ich sagen ah ne jetzt ist jetzt wieder frisch ok es ist auch frisch obwohl ich mich drauf getreten bin ich bin einfach gott ja ok ich mach jetzt gleich exit to main menu ne ich mach exit to windows ja ich bin next level shit next heute online sind da los Dominik ist online äh online in afghan tschau tschüss bis morgen tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020